Ich hab hier was für den kleinen Bali. Möchte der Bali das haben? Wo bist du denn schon wieder? Da bist du. Hallo mein Schatzilein. Ich hab hier was für dich. Riech mal. Riech mal. Aber erst möchte ich einen Kuss haben. Oder gib mir mal... High Five. High Five. Das müssen wir noch üben. Du musst auch was tun. Du kannst nicht immer nur nehmen, nehmen, nehmen. Du musst auch was geben. Deswegen klau ich mir jetzt einen Kuss von dir. Achtung. Kuss geklaut. So. Willst du es jetzt haben? Hier. Du hast es gar nicht gekaut. Du musst es kauen, Schatz. Nicht einfach runterschlucken. Versprochen, dass du es jetzt kaust. Okay. Jetzt ist es runtergefallen. Warte. Hier. Aua. Aua, aua, aua. Links ist es wieder runtergefallen. Hier. Du hast es wieder runtergeschluckt. Du hast es wieder einfach runtergeschluckt. Du hast mich verarscht. Du hast ein куда- down gel separation. Du hast du dich? ологisch bewusst.